Und zum Schluss für das Jugendholz-Valorchester eine Dixieland-Revue vor. Záros angehend eine Dixieland-Revue-Kernübemutatung. Die fünf Solisten sind, also die Solisten, Katinka Wattas aus Masa auf Klarinette, Gabor Verb aus Füret auf Trompete, Tamas Rittling aus Czollnock auf Tenorsaxaphone, Gergai Kubik aus Petschwar auf Posane und Josef Hurta aus Bogdan auf Duba. Dirigent ist Resenja Josef Schwarz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Aplausos 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 Aplausos